Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Ausdauer. 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 Nummer 3. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ausdauer hilft beim Laufen und ist wichtig für ein gesundes Leben. Ausdauer hilft beim Laufen und ist wichtig für ein gesundes Leben. Ausdauer hilft beim Laufen und ist wichtig für ein gesundes Leben. Kann ich meine Ausdauer durch regelmäßigen Sport verbessern? Kann ich meine Ausdauer durch regelmäßigen Sport verbessern? Kann ich meine Ausdauer durch regelmäßigen Sport verbessern? Mit dem Fahrrad kannst du deine Ausdauer verbessern und dadurch längere Strecken zurücklegen. Mit dem Fahrrad kannst du deine Ausdauer verbessern und dadurch längere Strecken zurücklegen. Kinder entwickeln ihre Ausdauer spielerisch beim Toben und Rennen im Freien. Mit Ausdauer meistert sie die Herausforderungen und erreicht ihre Ziele. Schwimmen macht Spaß und trainiert die Ausdauer. Schwimmen macht Spaß und trainiert die Ausdauer. Schwimmen macht Spaß und trainiert die Ausdauer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020